recht herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft together mit dem knolle hallo da ist auch schon ja und ich habe lauter steine in hand und kann weiter basteln ich weiß nicht wie das bei dir aussieht auch ich glaube ich muss hier irgendwie mal einen aufgang hinkriegen sehe ich gerade und das ist ganz schön schwer ach da war unterwegs genau das könnte sein und überlege bestimmt war wie geht das weiter ich glaube den hättest du nicht weg machen soll ja das weiß ich auch nicht ich glaube ich mich da verbaut und bin jetzt gerade überlegen ich glaube da muss unten drunter einer kann das sein muss ich mal gucken gerade das was 222 ja so wie es jetzt ist passt es genau so muss es sein richtig gemacht so wenn dann hast du noch steine in der hand also jetzt mach mal mach mal bitte nee den ja kannst du wahrscheinlich lassen gehen wir gerade erst auf die dingens die brücke darüber über die brücke darüber sozusagen nicht mehr hätte es auch da oben bleiben können ja da sind stöcke warte mal 123 das heißt einer sitzt schon da muss da noch einer hin nee zwei warte das kann ich gerade machen ja jetzt gehe ich schon hin so da muss jetzt hier einer hin dazwischen nee da da um meine ecke hier muss einer ja dazwischen könnte sein passt bist du da und willst da weiter bauen dann sage ich dir wo sie hin müssen stopp 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 wenn mich jetzt nicht alles täuscht ist es aber die die Reihenfolge so das ist total schwierig zu sehen ich baue mal grad die Erde da weg mach mal da passt das ja ne doch sieht aber passend aus 1 1 ist da immer dasselbe Muster da muss auf jeden Fall einer hin weißt du ja kann sein ja ich muss mal weiter machen 1 2 3 auf der braunen Seite auf der Seite muss was hin nix keine braunen Glitzer da oben weg kloppen da muss auf der anderen Seite was hin so jetzt bin ich am überlegen da muss einer hin so da muss einer hin und ich glaube da muss auch einer hin so so muss das dann aber da weiß ich noch nicht wie es hier weiter geht und da muss auch einer hin das heißt der da könnte eigentlich weg gegraben werden hier ja ja ich muss auch nochmal diese Klötze runter weg machen oh ich sollte vielleicht nicht nach oben rum springen da muss bestimmt auch einer hin hier müssen wir genau überlegen wie das Fenster hier hinkommen muss ist die Fackel in der Mitte? ich glaube nicht ne naja ich glaube mich jetzt nicht alles täuscht ist das symmetrisch das heißt hier ist die Mitte noch einen weiter nach oben muss ich da dann machen wir da noch einen hin hm gehen wir hoch ja so das passt oh Gott ich springe gleich noch zu Tode für die Wissenschaft gut um zu wissen ob das so sein muss hm kann man ganz einfach von hier sehen da noch ne das war jetzt verkehrt ne also in der Mitte muss ein Kreuz sein das ist die Frage super runtergefallen toll da bin ich aber auch schon öfters komm dann gucken wir von hier unten gerade eins zwei drei das heißt da muss noch einer drauf so dann passt das da gut oh ich glaube da muss noch einer Hilfsstein hin und da kommt dann richtiger Stein hin das lassen wir mal so hier muss ein Hilfsstein hin da muss gar keiner hin doch sagen da muss da einer hin und muss ich gucken ne ich glaube da muss noch einer hin so 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 das würde bedeuten da wäre da da muss dann der hin so so muss es schon mal sein so eins zwei drei vier ist das so richtig? gute Frage ne? wenn ich unten stehe ich muss mal die Erde wegkloppen sonst sieht man da gar nichts hier müsste eigentlich einer weg können ne? genau so ist es aber jetzt habe ich mich verzogen eins zwei drei vier passt eins zwei drei vier passt super super so Hilfsstein da einer hin da einer hin da einer hin jetzt kann man das eigentlich sehen jetzt sollte man das eigentlich sehen können aufsteigen super so ich glaube du musst mal jetzt hier gucken ob das so richtig ist warte mal da ist ein Zaun deswegen kann ich nicht weiterlaufen da sieht es eigentlich ganz okay aus und von deiner Seite aus ich habe auch schon links ein bisschen gemacht ja hier oben rechts fehlt ja noch was ne? ja ein bisschen da war ich mir noch nicht so sicher aber warte mal da oben da muss noch was höher oder wie sehe ich das? ja hier ist fertig ne? und dann muss da noch was höher ja einen muss das noch höher genau äh ich glaube wir sollten aber erstmal schlafen gehen da kann man das glaube ich besser machen meinst du bei Tage sieht man mehr? dann gehen wir mal runter oder? ja ist ist eigentlich heller das der Tag so an sich ja gut ich liege schon und wo ist Knolle? Knolle hat auch geschlafen gut dann wieder hoch die Sonne geht auf doch das sieht alles passend aus ja da links muss nur ein bisschen mehr die Wand hin ne? mhm ich setze da mal ganz oben das Tüpfelchen drauf aha äh ach kommst nicht mehr hin jetzt oh es gibt immer einen Weg ja auch wenn er hier lang ist oh ich muss schon wieder essen sehe ich gerade das ist ja typisch typisch genau gut äh was machst du da? ach du willst da rüber okay so das ist eigentlich alles was wir brauchen gut ich muss das gleiche hier nochmal hin ne das war schon richtig da muss jetzt einer drauf jeweils oder was? die war auf die Dreckblöcke hier ne da war nicht kein da war kein Dreckblöck oder? ne der in der Mitte muss weg ja den kann ich aber nicht weg machen doch warte passt das kreuz ist hier oben wieder das passt und jetzt muss man eigentlich immer nur noch hier einen schräg runter von vom Block aus so da rechts können ja alle hin ne? ja mach ich schon gut aber jetzt muss ich hier einen runter nein ich muss mehr runter wobei ich komm nicht weiter runter ohne dass ich hier ach jetzt kommt man hier gar nicht mehr runter doch oben rum ne? hm es gibt da einen Abweg irgendwo hier komm man lang oh gut äh da fehlt es ja auch noch ne? das heißt da muss ein Dreck hin da muss ein richtiger hin und da auch glaub ich äh eigentlich ist das gar nicht so schwer das zu machen wenn man wenn man wenn man wenn man grad so richtig drin ist wenn man so das richtige Muster hat dann ist das ganz einfach ja ah so da kommst du auf der anderen Seite dahin und kannst da bei dem braunen Klotz noch einen vorsetzen ja wunderbar der ist weg verdammt dann muss da einer hin da einer hin ach so hast du schon gemacht ne das war jetzt nicht so gut da vorne vor hätte nämlich jetzt einer mittig gemusst und so und dann da drunter eingesetzt und dann müsste es eigentlich müsstest du es gleich eigentlich von deiner Seite aus sehen können ob es passt oder? weiß ich grad nicht ob ich das sehen kann ich gucke grad ob es hier passt aber eigentlich müsste es jetzt gleich so so er sollte passen hm da noch einen Händer muss ich irgendwie mal grad ne da muss irgendwie noch was hin hm gehen wir mal grad weiter unten gucken wie das aussieht ja den ganzen Scheiß aufheben hier das sieht gut aus eigentlich und da wo du stehst sehe ich grad nix da passt alles aber da sieht es auch gut aus genau jetzt muss ich hier eine Ebene tiefer ich geh gleich mal zwei oder drei tiefer so das müssen wir nur hier da kann man nicht hingehen weil der da ist so jetzt ist noch die Außenmauer gefragt ne hm 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 ich glaube muss ich gucken ja das Fenster ist passend vor dem braunen muss noch einer hin der an der Außenwand ist ein Stein davor bitte setzen hm oder warte mal ne hm 1 2 3 das Fenster passt nicht das ist nur 1 2 3 4 breit das muss 5 breit werden äh shit können wir das jetzt erstmal alles zu zu Ende bauen dann sag ich mal nachher die Fenster rein machen könnte man ja es wird Sinn ergeben aber so wie es ist ist glaube ich richtig ja das Fenster ist schon so richtig wie es ist da oben da oben muss noch einer weg ja der Dreckblock muss weg ne hier über der linken Reihe vom Fenster da muss oben auch noch ein Stein glaub weg ja der wenn du jetzt da gerade warte mal wenn du da gerade bist geh mal einen höher ich sehe gerade nichts wegen der Sonne her der ober den Stein den du jetzt oberhalb des Dreckblocks siehst der muss weg von welchem Dreckblock hier sind drei nein der oberste der darüber ist wo du drauf stehst nicht sondern der über dir der Stein nicht der Dreckblock der Stein über dem Dreckblock muss ne der nicht christian da wieder hin ja gut jetzt gehst du du siehst vor dir diesen Dreck und darüber der Stein der muss weg der da ja gut und jetzt kannst du alle weg mal aber gegenüber muss noch ein Stein hin wie jetzt na in die Lücke warte da muss man da erst einen hinsetzen ich bleib du mal da stehen oh hier komme ich nicht weiter weil da jetzt habe ich es geschafft sicher ich glaube der untere muss weg oder ja der untere muss weg genau ne der war alles richtig das kann hier so zu ja aber den habe ich da alles hingesetzt ja jetzt müssen wir gucken dass wir das hier zu kriegen irgendwie dann musste das ja schon wieder hoch oder wie sehe ich das spring mal gerade da da wo du bist muss ja zugemacht werden irgendwie aber ich glaube da muss schon wieder eine Ecke irgendwie hin ja rein theoretisch müsste man aber hier runter noch weiter gehen ja du musst da noch einen hinsetzen rechts neben dir ne ne ein tiefer war das ja deswegen das Muster muss ich noch befolgen ne ein tiefer da dann ist es und da drüber müsstest du jetzt eigentlich eine Erde ne da muss ein Stein hin wo du da hast ne oder warte mal ne du hast recht der ist richtig das passt alles und jetzt an der Außenwand muss noch ein Stein hin genau und warte mal dass wir das Fenster gucken über da ne ein höher ja ein höher ein höher muss noch einer hin und gegenüber der wo der sitzt der muss auch weg glaube das passt jetzt nicht ganz in die Lücke da oben rein in die Lücke rein oben genau den rechts daneben weg und gegenüber muss auch noch ein Stein weg über oberhalb der Erde ein Stein muss weg ein Stein oberhalb der Erde von der Außenwand der der genau dann passt es jetzt kann der Rest alles weg so dann haben wir dieses Seitenschiff schon fast fertig bis vorne und das bedeutet auch gleichzeitig warte mal ist das Fenster sieht das da größer aus das Fenster das ist ein bisschen größer oder ne das liegt das täuscht nur ne oder ne das täuscht nur 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 passt also sagen wir es mal so wenn die Blöcke alle gleich lang sind dann sollte es passen passt da ist immer so eine ja haben wir es erst wieder oder ja sieht das irgendwie schon schöner aus glaube ich ja jetzt haben wir schon das erste Bild hier wie das Fenster in der Mitte wird weiß ich nicht über den Eingang da muss ein rundes hin das muss man dann mal gucken da soll ein rundes Fenster hin da müssen wir mal gucken wie das klappt ja da muss man einfach ein Viereckes Fenster machen mit mit Stufen kriegen wir schon hin geht das glaube ich am besten ja gut dann sieht es doch schon ganz nett aus oder ja es nimmt Form an es nimmt Form an genau hier ist passend auch ne ja gut okay dann würde ich sagen war es das mit dieser Folge recht herzlichen Dank fürs Zuschauen wir würden uns freuen wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss bei 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 tschüss bei 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 b